So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, ein kleines Ausbeute-Video zum gestrigen Legios Raid Day. Ich habe gestern extra kein Ausbeute-Video gemacht, weil wir haben frühes ja Kyoko Raids gestreamt, zwei Stunden. Wir haben dann die Legios Raids noch gestreamt unterwegs. Ich habe euch mitgenommen zu meinem Raid Day. Und abends gab es noch das Samyang-Video von den neuen Samyang-Bulder-Korean-Fried-Chicken-Sweet-and-Spicy-Nudeln. Und dann dachte ich, außerdem sollen ja noch der Umzugs-Vlog, nee, ach, der Geburt, der Sommer, nee, wie heißt das? Urlaub, der Urlaubs-Vlog von Freitag, Samstagabend, die sollten ja auch noch wirken und gesehen werden. Also habe ich mir die Ausbeute jetzt für heute aufgehoben. Eigentlich war ich jetzt nicht so geflasht von dem Tag, habe gedacht, naja, es ist Legios, was machst du damit? Das ist nichts für die Raids, das ist nichts für GBL, damit machst du nichts. Das Shiny, ja gut, ist dann neu, aber es sieht auch hässlich aus. Das Pokémon an sich weiß ich nicht, was man damit machen soll. Aber komm, es ist ein Raid Day, du freust dich auf jeden Raid Day einfach rauszugehen, zu kämpfen. Und du hattest wieder sechs freie Pässe, du hattest sieben freie Pässe, wenn du den vom Vortag mitnimmst. Und durch das Ticket hatte man da nochmal acht zusätzlich, also 14 beziehungsweise 15 Legios Raids gratis. Hätte man machen können, falls jemand einem das Ticket schenkt. So war es bei mir. Der Alex, ich kriege das nämlich in letzter Zeit kaum mit, weiß ich nicht, es wird nicht mehr so gut angezeigt wie sonst. Der 27 Alex 1992 hat mir das Legios Raid Day Ticket geschenkt, danke dafür. Da ist ja ein Streamer unterwegs und auch etliche Leute mitgemacht haben, kriege ich permanent jetzt irgendwelche Freundschaftsanfragen. Hier Golden Laila, wer ist das? Ich weiß es nicht, nehme ich aber an. Da ich immer noch dieses monatliche Season Ticket hier habe, wo man 150 Geschenke pro Tag verschicken kann, wo man 50 Geschenke öffnen kann, wo man die Münzen, 20 Münzen am Tag mehr bekommt und so. Das Problem ist, in meinem Beutel sind die ganze Zeit 40 Geschenke drin, die ich nicht los werde, weil gefühlt jeder von meinen Freunden schon ein Geschenk hat. Ich muss schon Geschenke an Leute schicken, die an dem Tag schon interagiert haben. Die kriegen trotzdem ein Geschenk in der Gefahr, dass sie es öffnen, obwohl wir schon interagiert haben. Aber ich werde die Geschenke einfach nicht mehr los. Ich bin jetzt bei, wie viel bin ich? 408 Freunden. Man hat normalerweise ja immer nur 400 maximal gehabt. Mittlerweile kann man 450 Freunde maximal haben. Das ist dann neu. Aber entweder sind die meisten Leute inaktiv oder ich weiß es nicht. Oder haben die App gelöscht oder sind gebannt. Gespannt ist keiner. Und ich werde die Geschenke einfach nicht mehr los. Also was bringt dir dann so einen Bonus, dass du mehr Geschenke verschicken kannst, wenn du sie gar nicht verschicken kannst, weil du, obwohl du viele Freunde hast, keiner mehr öffnet und du denen nichts geben kannst. Jetzt hat trotzdem gestern eine Raid Day stattgefunden. Zurück zum Thema nämlich. Ich habe gedacht, okay, nimmst du mal mit. Wir haben dann wieder so eine kleine Challenge draus gemacht. Das habe ich aber erst mittendrin bemerkt, dass man das so machen kann, wie beim Community Day. Dass man guckt, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny, wer kriegt die meisten Shinies. Und Pupsi hat auf jeden Fall das erste Shiny bekommen. Die hat nämlich direkt im ersten Raid ein Shiny gehabt. Die hat im dritten Raid auch direkt ein Shiny gehabt. Da habe ich schon lange keins gehabt. Also bei mir kam das erst viel später, aber ich habe auch bekommen. Ich möchte jetzt aber direkt mal hier reingucken. Wenn ich mal XXS eingehe, ist da vielleicht was dabei gewesen. Ich sehe nein. Also ein ganz kleines haben wir nicht gehabt. Haben wir XXL auch nicht. Was ganz großes haben wir auch nicht gehabt. Insgesamt weiß ich aber, dass ich drei Shinies bekommen habe. Hier mit 12,92, 13,27 und 12,89. Also ich habe drei Shinies bekommen. Ich könnte euch ja eigentlich den Account von Pupsi auch mal zeigen kurz hier. Den habe ich nämlich an der Hand. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist er denn hin? Irgendwo ist er doch. Das ist der. Dann ist das hier drüben der andere. So, wenn ich mal Pupsi daneben halte. Weil es ist ja eh, es ist ja nicht viel da. Ausbeute. Jetzt kann ich das wegmachen. Kann auf Shinies gehen. Ach ne, das war ja immer noch meiner. Ich muss hier rüber. Oh mein Gott. Hier muss ich jetzt auf Shinies gehen. Und da sehen wir, Pupsi hat auch drei Shinies. Ich bin der in der Mitte. Pupsi ist links. Sie hat 13,15, 13,15 und 13,12. Also sie hat zwar das erste Shiny bekommen. Ich habe aber das letzte Shiny bekommen. Also 1 zu 1. Und wir haben beide genau drei Shinies. Also nochmal 1 zu 1. Insgesamt stand also 2 zu 2. Wenn man daraus jetzt ein Spiel machen wollen würde. Dann wenn ich mal hier draufgehe und gebe Legios ein bei ihr. So, sieht man. Sie hat insgesamt 14 Legios Raids gemacht. Wenn ich bei mir das wegmache. Dann gebe Legios ein. Ich hatte vorher glaube ich nämlich auch noch keins. Ich habe auch direkt 14 Stück gemacht. Und dann seht ihr hier also den Verlauf. Sie hatte im ersten direkt einen Shiny. 13,15. Dann 12,2,90. 13,15. 13,25. Das ging hier so durch. Irgendwann als die Stunde gewechselt hat, gab es auch Wetterboost. Das heißt die letzten vier Raids hatten Wetterboost. Ich kann meine ja direkt mal anklicken. Stück für Stück durch. Das ihr hier seht, das ist Legios mit Kraftkoloss. Das war im allerersten Raid. 13,29. Hat auch schon 3 Sterne gehabt. Dann nochmal 3 Sterne. Das passt. Sind auch alle aus Meiningen. Mehr gibt es auch nicht. Nirgendwo anders. Nix davor, nix dahinter. Der hat 15 Angriff. Mit 3 Sternen. Der hat nur 2 Sterne. 3 Sterne. Das erste Shiny. 12,92. Haben wir hier. Da habe ich dann mal eine gelbe Beere benutzt. Dann noch ein Shiny. Also direkt Back to Back. Ich habe auch unterwegs nichts anderes gefangen. Ich habe mein Go Plus Plus auch zu Hause liegen lassen. Also das zweite Shiny hier. Dann nochmal 13,22. Hier nochmal eins mit 15 Angriff. Hier das dritte Shiny. Die kam also ziemlich nacheinander. Und dann sieht man ja, da war dann die eine Stunde um. Wir mussten auf den Wechsel warten. So circa 10 Minuten. Wir sind diesmal eine andere Route gelaufen. Und dann kamen die vier mit Wetterboost. 16,49. 16,24. 16,24. Und 16,2. Das heißt, eins vorm Wechsel war das Shiny. Wie sieht es hier aus? Ja, ihr seht. Hier oben ist der Wechsel gewesen. Alles mit 16 noch was. 12,95 war das letzte bei ihr. Das heißt, bei mir ganz deutlich, ich hatte das letzte Shiny. Sie hat den Rest hier unten gehabt. Mehr braucht man eigentlich auch gar nicht mehr zeigen, sagen, machen, tun. Das kommt alles weg. Das wischen wir weg. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Rates habt ihr gemacht? Ich denke mal, also wenn ich das bei Pupsi so sehe, wenn sie kein Ticket gehabt hätte. Ihr Ticket kam übrigens von Genaya. Die hat ihr das geschickt. Das hat sie gar nicht mitgekriegt. Das habe ich ihr dann erzählt, dass sie auch ein Ticket hat. Das kam von Genaya. Aber selbst ohne Ticket hätte sie ja das Shiny bekommen, weil das ja in den ersten paar Rates mit drin war. Aber es hätte wahrscheinlich gereicht, wirklich diese sechs, sieben Rates zu machen, um einen Shiny mitzunehmen. Und dann wäre das Ding fertig gewesen. Wer das Expanded-Ticket hat, nochmal acht Pässe dazu. Okay, mehr musst du eigentlich auch nicht machen. Aber es gab Leute, die haben trotzdem, wie beim Henry weiß ich, Henry hat 20 Rates gemacht. Der hat auch drei Shinies gekriegt, 20 Rates. Warum macht man nochmal mehr? Weil es Spaß macht? Weil es Bock macht? Wie geht es euch da? Wie spielt ihr so einen Raid-Day? Geht ihr raus und macht nur die Freien weg? Oder kauft ihr euch das Ticket und macht die Freien mit dem Ticket auch noch weg? Oder kauft ihr euch das Ticket und versucht dann damit, diese freien Pässe, die ja bis 22 Uhr dann gehen sollten, nachdem der Raid-Day vorbei ist, 17 Uhr und der Fünfer zurückkommt, die Ticket-Pässe, die Acht, für den Fünfer-Raid-Boss zu nutzen. Das war vielleicht auch der Plan von manchen Leuten. Problem war, dass es nach dem Raid-Day ab 17 Uhr irgendwie die Boni nicht mehr gab. Aber, also wer seine Pässe aufheben wollte und wollte dann Kyoko nochmal raiden, der hat wieder mal, wurde enttäuscht. Denn plötzlich gab es keine Pässe mehr. Plötzlich gab es auch keine EP mehr, kein Staub, kein vermehrt Bonbons und Zeug. Obwohl das bis 22 Uhr laufen sollte. Na Yendik hat es wieder mal verbockt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Stand irgendwo, ich selber kann es nicht sagen. Ich habe ja meine Pässe da gemacht, dann habe ich nichts mehr gemacht. Das wäre aber auch eine Herangehensweise, wenn der Raid-Boss nicht so interessant ist, sich trotzdem ein Raid-Ticket zu kaufen und diese Pässe dann für den Fünfer oder für das Mega herzunutzen und den eigentlichen Raid-Day-Boss links liegen zu lassen. Wie also diesmal eine andere Route. Wir sind direkt diesmal bei Steele beim Gericht gestartet. Durch den Park in die Stadt und in der Stadt bis hoch zu dem Denkmal. Da gewechselt, Denkmal, Schloss, Park, zurück. Fertig. Hat auf jeden Fall funktioniert. Man musste nicht wie beim letzten Mal, da sind wir Volkshaus, Park, Steele. Man musste eine halbe Stunde warten, bis dann die Raids wieder angefangen haben und das war nichts. Diesmal nur 10 Minuten, aber es ging ja auch schneller, einfacher. Du hast, wenn der Kampf gestartet ist, bist du schon losgelaufen. Nach 10 Sekunden war der Kampf beendet. Du hast im ersten Ball fast alles gefangen oder im zweiten, dritten. Und es ist viel einfacher, als wenn du jetzt versuchst, Kyoko oder Groudon dann zu fangen nach einem Raid-Day. Wie war euer Raid-Day? Schreibt es nochmal rein. Wie viele Raids habt ihr gemacht? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Habt ihr einen Shiny bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Oder habt ihr sogar einen Hunderter Shiny bekommen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Kramse.